Feuer, Explosion, Piu, 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 Welt, bitte! Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Meine lieben Freunde, wir sind kurz davor in die Allheit einzutreten, aber das werden wir nicht tun. Ich habe das jetzt demokratisch einstimmig entschieden, ich mit meiner einen Stimme habe das demokratisch entschieden, dass wir das noch nicht machen, weil, und das hat einen guten Grund, ihr habt mir nämlich gesagt, wenn man das macht, dann wird der New Game Plus Modus getriggert. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass man das Spiel nochmal von vorne spielt. Aber, und da kommt jetzt der Twist, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, ich wurde schon ein bisschen gespoilert, aber ich will es jetzt nicht zu genau machen, ihr wisst es wahrscheinlich eh schon, warum rede ich überhaupt um den heißen Brei? Es ist so, dass dann bestimmte Dinge im Spiel anders sind, also bestimmte Fraktionen existieren zum Beispiel dann nicht mehr und solche Sachen und man hat dann quasi wirklich ein alternatives Universum, wo man dasselbe nochmal macht. Und das heißt aber auch, man hat keine Credits, man hat kein Schiff, also es fängt halt alles wieder von vorne an, bis auf den eigenen Charakter, denn der bleibt mit seinen Skills erhalten. Das heißt, man nimmt die Skills mit ins nächste Universum und die Fähigkeiten, aber nicht die Credits und das alles. Deswegen müssen wir jetzt versuchen, in diesem Universum, wo wir jetzt noch sind, also vor dem New Game Plus, möglichst viel abzuschließen. Und deswegen machen wir jetzt Nebenmissionen zum Beispiel, wir machen jetzt die Nebenmissionen vollständig und wir versuchen noch möglichst viel Geld zu bekommen, damit wir nochmal ein richtig schönes, großes Schiff zum Beispiel auch bauen können und damit dann auch nochmal ein paar Nebenmissionen erledigen können. Das ist jetzt so ein bisschen das Ziel, ja Credits verdienen, Nebenmissionen machen. Und der Barrett hat mich hier die ganze Zeit, der ist ja gerade mein aktiver Werder, der hat mich die ganze Zeit über seinen ehemaligen Lover informiert, den Erwin Lindemann. Der hat nämlich die ganze Zeit über den geredet, der hat gesagt, dass der zu Unrecht angeklagt wurde und in diesem Rahmen haben wir jetzt eine Quest bekommen, eine Nebenmission, ganz überraschend. Mann, der hat mir so zugetextet, ich habe das teilweise dann nur noch weggeklickt, weil er mich beim Erkunden ständig damit genervt hat. So, auf jeden Fall müssen wir jetzt mal schauen, dass wir jetzt nach Gargarin fliegen und mit seiner ehemaligen Anwältin sprechen. Also nochmal zur Erklärung, der Lover von ihm ist tot, wurde zu Unrecht angeklagt, wegen einer Sache auf einer Minenkolonie, irgendwie, Minendings. Und das müssen wir jetzt halt, wir müssen seine Ehre wiederherstellen quasi und das müssen wir jetzt machen. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns da viel reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schaut gerne in die Playlist rein, die immer am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt ist. Oder am Ende, wie er jetzt plötzlich auf der Bank sitzt und ihr könnt auch gerne die Kommentare benutzen, um mir Tipps zu geben. So, da müssen wir hin. Gargarin Landing. Da müssen wir hin, da waren wir auch schon mal. Ah, guck mal, neue Daten, stimmt, ich kann ja die Planeten jetzt auch scannen. Das müssen wir hier auch noch machen bei Gargarin Landing, da haben wir noch gar nicht alles erkundet hier. Da fehlt uns noch ein Landmark, die ganzen Ressourcen und Tiere fehlen uns ja auch noch. Was ich auch noch ganz dringend machen muss, ist, für meinen Scanner brauche ich noch die Updates. Ich war ein bisschen, äh, ich hab einen Tunnelblick gehabt beim Erkunden, sagen wir es so. Ich hab vergessen, die Pflanzen Bestandteile mitzunehmen. Die Bestandteile von den Pflanzen hab ich vergessen mitzunehmen, die, äh, dafür sorgen, dass ich diesen Skill bei Botanik hochkriege und auch bei den Tieren. Bei den Tieren hab ich's gemacht, bei den Pflanzen nicht. Äh, das ist so ein bisschen der Punkt. Ich soll mit ihm reden, ich soll mit ihm reden. Ich dachte gerade, dass es hier um das geht, was Irwin vor all den Jahren bei seiner Ankunft sah. Ja, vermutlich stand er hier und dachte, dass er die Lage verbessert. Ha, er hatte ein gutes Herz. Wir werden uns darum kümmern, Barrett. Du erinnerst mich manchmal an ihn. Du kämpfst auch für das Richtige. Toll. Und als du es laut gesagt hast, weißt du, ich glaube, wir schaffen das wirklich. Hoffentlich sagt die Anwältin das auch. Okay, reden wir mit dieser Anwältin. Gut. Sie möchte uns nach unserer Ankunft in ihrem Büro sprechen. Hoffentlich weiß sie, was wir tun müssen, um Irwins Namen reinzuwaschen. Aber bleiben wir zusammen. Gagarin ist zwar nicht groß, aber verirren würde ich mich dort trotzdem lieber nicht. Ach komm, ey. Du bist mir schon die ganze Zeit auf Planeten hinterher gedackelt, die viel komplizierter waren als das hier, ey. Ohne Witz. Jetzt mach mal halblang. Nee, also, äh, ich muss auch sagen, diese Mission mit ihm hier, die hat mich auch bisher nur Geld gekostet. Ich hab dem irgendwie schon 4000 gegeben, damit er irgendwie diese Nachforschungskosten, er hat das ja alles selber gemacht bisher. Deswegen hab ich bisher das auch noch nicht aufgenommen, weil das bisher eigentlich nicht wirklich, es sah nicht danach aus, als wäre das eine Quest für mich. Weil er das immer alles in Eigenregie gemacht hat und von mir immer nur so ein bisschen seine Meinung, oder meine Meinung hören wollte. Und, äh, ja, und jetzt hat er dann auch noch Geld von mir genommen, damit er das aufklären kann. Ja, toll. Äh, genau. Auf jeden Fall hat er halt auch noch mein Geld genommen. Und, äh, ja. Jetzt ist es halt zum ersten Mal dazu gekommen, dass ich jetzt auch eine Aufgabe habe, nämlich das mit ihm zusammen jetzt zu machen. Dann gehen wir mal in die Kanzlei. Ich bin gespannt. Vor allem bin ich mal gespannt, ob das hier irgendwie auch dazu führt, dass wir ein bisschen Kohle bekommen noch. Oder ob das so eine Mission ist, wo wir nur draufzahlen. Mal gucken. Sprechen Sie. Sieh mal einer an, Barrett. Du bist tatsächlich hier. Erstaunlich. Ellie. Äh. Ähm. Ich hab's dir doch versprochen. Oder nicht? Äh. Jeder verspricht ständig irgendwas, Barrett. Hä. Und Gagarin ist nicht gerade ein beliebtes Ausflugsziel. Aber freut mich, dass du hier bist. Auf uns wartet viel Arbeit. Stimmt's? Oh nein. Reden wir über Erwins Fall. Gleich zur Sache. Hm. Perfekt. Was weißt du schon alles? Wir wissen, dass Erwin für die Hephaestus Mining Company gearbeitet hat. Und diese ihm die katastrophalen wirtschaftlichen und ökologischen Probleme auf Gagarin anlastete. Also ich weiß, dass er Erwin Lottemann heißt und 500.000 Jahre alt ist. Das weiß ich. Wir müssen Erwins Namen reinwaschen. Wir können den Fall einem Richter vorlegen, wenn wir neue Beweise oder einen Zeugen haben. Und die Beweise, die wir schon haben? Hm. Tja, also. Naja. Das reicht einfach nicht. Ja, was brauchen wir denn jetzt noch? Wir können mehr Beweise finden. Ich hätte gerne hieb- und stichfeste Beweise zum Motiv, bevor ich den Fall einem Richter vorlege. Wir haben kein weiteres Beweis. Was? Warum müssen wir ein Motiv nachweisen? Das Gericht wird eine Urteilsanfechtung nur zulassen, wenn beim ursprünglichen Fall definitiv etwas Wichtiges übersehen wurde. Was war denn beim ersten Prozess das Motiv? Als unser Zeuge seine Aussage zurückzog, fehlte uns ein festes Motiv. Wir haben kein weiteres Beweismaterial. Wir brauchen etwas Großes. Unterlagen, Aufzeichnungen, Zeugen, irgendwas. Ich sehe schon. Wo sollen wir so etwas nach all der Zeit noch finden? Ich habe seit dem Fall damals viel darüber nachgedacht. Die Mine, in der Erwin war, wurde 2309 geschlossen. Sie haben vermutlich noch Dokumente dazu, was genau damals mit ihm passiert ist. Sag uns bitte, welche Mine Erwin als Einsatzort... Ja, wir müssen in die Mine rein. Da kommst du ins Spiel. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ich weiß nicht genau, in welcher Mine er damals gearbeitet hat. Theoretisch findet man diese Informationen in einem Gießereiterminal, wenn man reinkommt. Das war mein allererster Gedanke. Das Problem ist, an die Zugangsdaten zu kommen. Neben der Gießerei könnten wir auch in Irwins Wohnung fündig werden. Wenn er von der Intrige gegen ihn wusste, könnte er Dokumente aufbewahrt haben. Das war mein erster Gedanke, als er mir hier dieses ganze Szenario erklärt hat und gemeint hat, dass der in der Mine gearbeitet hat. Da war gleich mein erster Gedanke, warum gehen wir nicht mal in diese Mine, wenn das jetzt schon so viele Jahre her ist. Und guck mal, ob es da vielleicht irgendwelche Beweise gibt. Das war so mein erster Gedanke. Ja, und jetzt hat er, ja, die Anwälte, ah, geht doch mal in die Mine oder ah. Mining-Unternehmen haben beim Stilllegen von Minen immer eine Menge Zeug zurückgelassen. Selbstvertrauliche Aufzeichnungen und wiederverwertbare Ausrüstung? Verschwendung. War vermutlich billiger, als alte Maschinen auf dem Planeten herumzuckerren. Einleuchtend. Es laufen nicht gerade viele Leute rum und suchen nach verlassenen Minen. Wozu die Tür abschließen, wenn man der Einzige auf dem Planeten ist? Also, logge dich ins Gießereisystem ein oder überzeuge jemanden, Irwins Mine zu finden. Klingt nach einer unangenehmen Unterhaltung. Aber dir hat der Käpt'n zum Glück drauf. Hoffentlich reicht das für den Anfang mal. So, und jetzt muss ich ein paar Gerichtsunterlagen für diesen Fall vorbereiten. Der Gießereidistrikt ist nicht weit von hier. Ist Gott sei Dank alles hier. Okay, dann los. Schnitzeljagd, meine lieben Freunde, wieder einmal. Nicht schlecht. Ja, da braucht man einen Diplomaten. Aber so sieht's aus, genau. Ich müsste mal meinen Diplomatie-Skill auch mal noch ein bisschen weiter hochbringen. Aber das war auch so ein Punkt mit meinem Diplomatie-Skill. Das hab ich auch erst jetzt so nach einer Weile begriffen. Den skille ich nicht oder kann den nicht weiter verbessern, indem ich in Gesprächen diplomatische Optionen wähle. Sondern das muss ich in diesem Sozialmodus machen. Wenn mich jemand angreift, muss ich den diplomatisch davon überzeugen, dass es besser ist, nicht gegen mich zu kämpfen. Ja, also wenn ich hier mit E die Leute sozial, ja, hier Diplomatie, das muss ich machen quasi. Das ist das, wie ich's hochkriege und nicht, so krieg ich ihn hoch. Man muss eben immer wissen, wie man ihn hochkriegt, ja, das ist manchmal nicht so einfach. Was soll man da sagen? Nice. Na dann, gehen wir mal in die Wohnung. Rein da. Nach dir, Käpt'n. Na, aber sowas von, okay. Durchsuche die Wohnung nach Bärweisen. Guck mal, wo sind die Bärweise? Zum Glück sind die Bärweise alle markiert. Das haben wir hier, ein Xenogaktus. Das ist ein Bärweis? Kein Wunder, dass er so viel geschrieben hat. Warte. Ist das etwa, was ich denke? Was? Hast du was gefunden, was beim Fall hilft? Äh, äh. Er hat hier ein paar Wochen lang gelebt. Ich wollte nachkommen. Aber dann ging das mit Hephaestus los, also hab ich's gelassen. Ich hätte es in dieser Konservendose eh nicht ausgehalten. Ich habe diese seltsame Pflanze gefunden. Kann das sein, dass die vielleicht in einem Naturschutzgebiet, äh, gemeinert haben? Oder vielleicht da gemeinert haben, wo sie etwas Seltenes gefunden haben, was schon vom Aussterben bedroht ist und das vertuschen wollten? Er hat das vielleicht realisiert und wollte das verhindern und deswegen haben sie ihn umgebracht. Hm. Ziemlich beeindruckendes Exemplar. Und irgendwie hat es die letzten 20 Jahre überlebt. Tja, irgendwie. Ich bewahre sie fürs Erste auf. Vielleicht hat Erwin dazu geforscht. Hast du hier jemals zusammen mit Erwin gewohnt? Ich? Oh nein, sicher nicht. Hä? Ich wollte gar nicht, dass er nach Gagarin geht, aber er dachte, es dauert nicht lang. Der Erwin. Die Wohnung war unwichtig. Und ist jetzt eines der wenigen Dinge, die mir von ihm geblieben sind. Okay, warum hast du die Wohnung nicht verkauft? Wenn das alles erledigt ist, dann mache ich das wahrscheinlich. Ehrlich gesagt war es einfacher, sie zu ignorieren. Was? Und dann noch die ganzen laufenden Kosten? Ich weiß nicht, ob die Leute hier Erwin immer noch verflucht. Okay. Aber falls ja. Dies wird per Computer geöffnet. Computer. Ah, der Computer. Na, dann öffnen wir das mal per Computer. Erinnerungen. Kauf der Wohnung abschließen. Jahrestaggeschenk an Barrett schicken. Treffen mit neuen Kolleginnen und Kollegen in der Bar. Private Nachrichten. Oh mein Gott. Erwin, Madani, du wirst in Kürze eine Mine sowie deinen Gießerei-Zugangs-Code erhalten. Die Minenzuweisung wird im Vertrag ausführlicher erläutert und der Code ermöglicht es dir, auf Gießerei-Computer zuzugreifen und weitere Informationen zu deinem Auftrag abzurufen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Alles klar. Das ist sein, äh, sein Zugang. Jagd-Lizenz. Oh, guck mal. Begib dich zum Gießerei-Distrikt. Da haben wir wohl was gefunden. Antrags-Status im Rathaus prüfen. Eine Jagd-Lizenz. Willkommen im Team. Erwin, wir müssen reden. Es geht um den Job. Wenn du kannst, dann melde dich bei mir, bevor du den Job in Angriff nimmst. Helgi. Alpha-Predator. Nahe der zugewiesenen Mine der Hephaistus. Mining-Korb ausrotten. Details. Es handelt sich um einen hochintelligenten Alpha-Predator, der offenbar kürzlich nahe der neuesten Hephaistus-Mine aufgetaucht ist. Kontakt. Wir wurden aufgetragen, mit Dr. Helgi Hauksen zusammenzuarbeiten, um zu ergründen, weshalb diese Kreatur so aggressiv ist und ob ihr Verhalten mit der Minenaktivität in der Gegend zusammenhängt. Ich vermisse dich, Liebling. Ich weiß, dass der Job auf Gargarin eine ganze Weile dauern wird. Also habe ich mir gedacht, dass ich dir zur Aufrundung ein paar Blumen schicke. Ich weiß ja, wie sehr du sie magst, die nicht abgeschnitten werden. Ah ja, habe ich jemanden aufgetrieben, der eine lebende Pflanze hatte. Tada. Mach dir keine Sorgen um mich. Ah ja, hat mir schon einen neuen Auftrag mit Sarah besorgt. Er wird dich auf Trab halten, bis du wieder zu Hause bist. Ich vermisse dich, Barret. Okay, und hier machen wir noch den Lehrlingsschlosshecken. Ja, machen wir mal, komm. Ja, mache ich jetzt einfach mal Schnellhackung. So, äh, dann hier, warte, der hier. So, und dann wahrscheinlich, äh, der hier, ja, und dann der hier. Schnellhackung, safe is entwiggled. Aha, schau dir das mal an. Tja. So, was haben wir da jetzt? Sprich mit Barret über die Bärweise. Ist das Irwins Arbeitsvertrag? Lass mich mal sehen. Na gut, das wären also der Arbeitsvertrag und die Jagdlizenz aus dem Rathaus. Damit können wir arbeiten. Nice. Das sind gute Hinweise. Ellie wird sagen, dass das noch nicht ausreicht. Und als Anwältin hat sie vermutlich recht. Die Beweislast wiegt sehr viel schwerer als ein Meteorit. Dann müssen wir noch in die Mine. Ach, Irwins alten Kram zu durchwühlen hat sich seltsam angefühlt. Jetzt wird nicht sentimental. Ich hatte mir alte Bilder erhofft, aber diese Pflanze ist ein hübscher Trost. Ich sehe so etwas zum ersten Mal. Vielleicht ist es ein Beweis. Ja, aber nicht für diesen Fall. Sondern dafür, dass Irwin Madani auch eine empfindsame Seite hatte. Der Beweis ist diese Pflanze. Unterstützt von einer autarken Lebensraumschale. Aha. Ja, Botanik. Womöglich hat sie sich weiterentwickelt, um lange Trockenphasen zu überstehen. Entwickelt oder verändert. Irwin hat mit vielen extremophilen Pflanzen experimentiert. Vielleicht hat er die perfekte Pflanze für sein dunkles Loch erzeugt. Ich werde mir Irwins Unterlagen später genauer ansehen. Irgendwo gibt es bestimmt eine Datei zu diesem kleinen Kerl. Oh, wir sollten ihm einen Namen geben. Er sollte schlicht, aber auch gewählt klingen. Wie findest du Harvey? Harvey Dent. Harvey klingt gut. Dann ist es einstimmig. Okay. Dann sollten wir drei weitermachen. Harvey, du und ich haben einen Fall zu lösen. Ja, dann machen wir das. Wir gehen jetzt noch in die Mine. Da gibt es bestimmt dann die richtig krachenden Beweise. Ich will noch mal... Was war das? Habt ihr das gehört? Was war das für ein Geräusch? Irgendein komisches Geräusch war hier gerade. Irgendein Zwischen. Oh, dass sein Klo sieht aber auch übel aus. Aber gut, das war ja hier 20 Jahre ungenutzt. Ich will noch mal ganz kurz gucken, dass ich hier nichts verjässe. Irgendwas Wichtiges oder so. Vielleicht gibt es irgendwie ein Skillbuch oder so. Hier ist Zeug. Lagerkiste. Da habe ich gerade reingeguckt. Was ist denn hier? Hier ist ein Aufzug. Ebene nicht betretbar. Okay. Er hat einen Aufzug in seinem Haus. Okay. Vielleicht ist das der Ausgang zur Mine dann. Ich weiß nicht. Was will ich haben? Was willst du mir andrehen? Hast du was für mich? Was hast denn du? Spaghetti Carbonara. Stimmt, der gibt einem immer was zu essen. Ich habe von dem auch schon... Was habe ich von dem auch schon gekriegt? Sushi oder so. Irgendwas... Der gibt einem ständig irgendwie Fressalien. Frage Reliant Medical nach dem vermissten Kurier. Und schon haben wir wieder eine Nebenmission bekommen. Nice. Das ist ja unser Ziel, dass wir Nebenmissionen erledigen noch. Ich bin total urlaubsrein. Haha, ja. Story of my life. Warte, was ist das hier? Wir gehen zum Rathaus und... Wir gehen zum... Gießerei-Distrikt. Die reichen Manager wollen sich anscheinend eigene VIP-Stäge... Ja, ja. Diese reichen Manager... Bösen reichen Manager hier wieder. Willkommen beim Gießerei und Minen Mandela. Es werden jetzt alle momentan auf Gargarin aktiven Minen unterstützt. Content. Konto von Spielbeer-LP. Ha. Erhalte einen Zugangscode von einem Mitarbeiter. Meine Aufträge anzeigen. Die Gießerei unterstützt keine Ressourcen. Was, was, was? Also, was jetzt? Einen Zugangsboot. Hier, Moment. Stopp, du. Nicht jetzt. Arbeitest du in den Minen? Ich könnte Hilfe gebrauchen. Ich werde nicht fürs Plaudern, bitte. Überzeugen. Die Information. Verhandlungsgeschick. Okay, wir könnten ihn bestechen. Es gibt doch einen Grund für uns ein Problem. Ich könnte ihn bestechen, dann würde ich noch mal ein bisschen mehr... Ah, hier, guck mal. Verhandlungsgeschick. Tausend. Ja, mach mal das mal. Ich glaube, wir finden eine Lösung. Das ist nicht so teuer und da... Diplomatie. Es gibt immer einen Weg. Ja, das ist leider schade, dass wenn ich jetzt das hier mache, dass mein Diplomatie-Skill dadurch nicht verbessert wird, leider. Das hoffe ich sehr. Okay, du kannst meinen Mitarbeiter-Zugang für das Gießerei-Terminal da drüben verwenden. Kann ich das machen, ja? Ich sage einfach, ich habe ihn verloren. Das ist aber toll. Beeindruckend. Pah. Nächstes Mal schlafe ich auf irgendeinem Dach. Da findet mich wenigstens niemand. Was zum Teufel. Okay, das war alles ziemlich awkward, wenn ihr mich fragt. Wir gehen mal hier ran. Alles ein bisschen seltsam. Mitarbeiter 3490. Datenbank durchsuchen. Filter Minen. Unternehmen Hephaistus. Jahr 2309. Das müssen wir machen. Status inaktiv. Aha, jetzt haben wir sie. Alles klar. Jetzt haben wir es. Und wir müssen mit ihm sprechen. Die Koordinaten sehen gut aus. Genau das hat Urban damals wahrscheinlich auch gedacht. Ist nur ein Job. Wenigstens wissen wir, wo wir noch suchen müssen. Suchen wir in der verlassenen Mine nach belastenden Unterlagen. Mal sehen, in welchem Zustand die Mine ist. Vielleicht haben sie sie einstürzen lassen. Aber das wissen wir erst, wenn wir da sind. Das werden wir sehen, wollte ich gerade sagen. Falls das so ist, müssen wir uns einfach was ausdenken. Wie? Nee, wir denken uns nicht irgendwas aus. Also, ich hatte gerade überlegt, ob er die Beweise meint. Ich hoffe, er meint nicht die Beweise. Warst du letztens bei Clint? Clint Eastwood? Die Mine ist bestimmt nicht direkt hier. Ja, guck mal, die ist nämlich hier oben, siehst du. Okay, Hephaistus Mine. Rathaus. Ja, das können wir ja danach noch machen. Ich will jetzt nicht irgendwas triggern, was dann dazu führt, dass wir jetzt in die Verhandlung gehen oder so. Ich glaube, wir brauchen wirklich noch die Beweise aus der Mine, bevor wir das machen. Wir können ja dann immer noch ins Rathaus, hoffe ich. Guck mal, die Viecher, da können wir gleich mal scannen, die da rumfliegen. Da sind ganz schön viele Flugviecher auf dem Planeten, ehrlich gesagt. So, wo ist jetzt genau die Mine? Da ist sie. Warte, ich will mal ganz kurz hier einen kleinen Abstecher machen. Warte, ich kann sie, glaube ich, auch erschießen. Das geht auch. Dann muss ich nicht so... Muss ich da nicht so hin. Hörst du auf, dich zu bewegen? Man kriegt die Viecher auch gescannt, wenn man sie erschießt. Wenn es runterfällt, ist es gescannt. Geh mal weg da. Hammerse, Hammerse. Ja, fällt runter, alles klar, nice. Alter, wie viel gab es dafür? 240 Erfahrungspunkte, habe ich das gerade richtig gesehen? Oder habe ich ihm jetzt einen Knick in der Optik gehabt? Das müsste eigentlich jetzt... Müsste eigentlich ein paar Scan-Punkte jetzt gegeben haben. Oh, warte mal. Juveniles Ungeziefer. Hier ist Ungeziefer am Start. Starship Troopers. Guckt euch das an. Auch rennt doch nicht rein, Junge. Meine Güte, ich kriege immer einen Krampf mit euch. Oh, all die sind ganz schön krass. Wir sind ja Level 40er hier. Geh mal weg da, Mann. Christ of Jesus. Ich glaube, es sagt... Ja, geh auf ihn drauf, genau. Sehr schön. So, warte, wir müssen das einsammeln, das Zeug. Das brauche ich für den Skill. Damit ich das auch besser leveln kann, noch alles. Mal alles jetzt bekommen. Hier die hinten auch noch. Ich kriege nur noch 10 organische Komponenten sammeln von den Tieren und dann habe ich es, glaube ich, tatsächlich. Warte, was ist hier drin eigentlich? Ah, da können wir nicht rein. Lehrling, ach nee, komm. Da gehen wir jetzt nicht rein. Das dauert mir jetzt zu lange mit dem Knacken. Wir gehen jetzt mal hier rein. in die Mine. Mal sehen, ob da auch Viecher drin sind. Bin gespannt. Die Dinger sehen aus wie Kugel Eis in der Waffe. Was? Echt? Das sieht aus, als wäre hier noch alles neu. Oh, der ist nicht mehr so neu. Der hat auch Spaghetti Carbonara. Ich kombiniere... Barrett hatte... Ah, hatte etwas damit zu tun. Moment mal, der ist level 75 hier, der Böse. Wo kam der denn jetzt auf einmal her? Gar nicht gesehen. Alle Kreaturen, egal wo, haben so viel gemeinsam. Ah, ja. Es sind doch so unterschiedlich. Ich wollte gerade sagen, wir haben so viel mit dem gemeinsam, ja. Diese Pusteln auf dem Rücken und diese komischen Blasen da, ja. Und dieses Qualmen, der da aus ihm rauskommt, kommt mir auch so bekannt vor, wenn ich in den Spiegel schaue, definitiv. Da erkenne ich mich. Absolut erkenne ich mich da wieder. Alter, wo kommen die denn her? Kommen die aus der Decke? Ich checke es gerade irgendwie nicht so ganz. Aber kommen die von draußen? Ist ja gruselig hier, was hier abgeht. Aber sie scheinen irgendwie nicht so richtig, es auf die Reihe zu kriegen, mich anzugreifen, irgendwie. Kupfer wurde hier gefarmt, wie es aussieht. Kredits. Schauen wir mal auf den Computer, was haben wir denn hier? Mine H363. Minenstatus. Genehmigt von Hephaestus. Personal. Haukson Helgi. Auftrag Durchführung einer Studie zur Umweltauswirkung zur Verwendung als Informationsgrundlage für verschiedene Grunderwerbsausschreibungen im Jahr 2310. Arbeitsplatz Höhle. Auch gut. Arbeitsplatz Höhle. Madani Erwin. Vernichtung eines lokalen Prädators. Unterstützung für Dr. Helgi bei Studien zur Umweltauswirkung. Arbeitsplatz Höhle. Ja, wo arbeitest du jetzt? Mein Arbeitsplatz ist in der Höhle. Nice. Memos. Stillgelegt. Hephaestus hat die sofortige Stilllegung dieser und aller anderen Minen im Gebiet befohlen, obwohl Extraktion und Effizienz ihren Höhepunkt erreicht haben. Die Mine wird standardmäßig verschlossen. Jegliche Ausrüstung, die für die Extraktion nicht erforderlich ist, wird zurückgelassen. Helgi hat heute überraschend gekündigt. Seine Begründung Ethikverstöße von planetarem Ausmaß. Ich sag ja, die haben gegen irgendwas mit Umwelt oder so verstoßen. Das ist doch immer das gleiche in solchen Storys. Erwins Vertrag ist erfüllt und bei der Mine wurden keine Prädatoren mehr gesichtet. Genau genommen keine wilden Tiere. Ein Wunder. Ja, eins ist vorbei. Die Produktion läuft nun auf Hochtouren aufgrund einer inzwischen beseitigten Komplikation. Der entzündlichen Gase wird die Städte voraussichtlich deutlich früher als geplant ausgebeutet sein. Mine voraussichtlich erschöpft. Am 25.01.20309. So, und hier haben wir Administrator. Da knacken wir uns mal rein jetzt. Mit B kann ich ja den ersten knacken hier. Die erste Knackung machen. Dann nochmal B. Dann können wir die zweite beschleunigen. Ich beschleunige das jetzt einfach immer mal so ein bisschen, ja. Ich glaube, das findet ihr alle toll, wenn ich das ein bisschen beschleunige. Also ich finde es toll. So, hier. Guck mal, genau. Dann machen wir das so und dann... Ah, schade. Das geht nicht. Oder? Nee, das geht leider nicht. Jetzt sag nicht, dass das überhaupt nicht geht hier. Warte mal, doch. Das geht. Das muss gehen. Das muss gehen. Nicht euer Ernst. Nicht euer Ernst. Warte mal, wie viel haben wir denn von den Einzelnen? 1, 2, 3. Okay, ich muss mal 1 zurück, glaube ich. Das war falsch. Mach noch einmal B. Ah, ja. So will er das haben. Okay. Ja. Verstehe. Und jetzt haben wir ja nochmal... Jetzt können wir hier die Zweier benutzen. So. Und... So, genau. Helgis Forschungsstation. Konto deaktiviert. Forschungsterminal Schrei falten. Wurde schrei gefaltet. Erwin Madanis Forschungsstation. Schrei falten. Wurde schrei gefaltet. Ja, ist schrei gefaltet, genau. Und nun? Ah, ja. Alles klar. Suchen wir Urbans und Helgis Laborstation. Warte mal, da ist noch Zeug. Achso, da muss ich mich auch reinhacken. Experte. Ja, gut. Komm. Was soll der Geld? Jetzt sind wir einmal am hacken. Jetzt sind wir einmal dabei. Da können wir das jetzt auch durchziehen hier. Hoffentlich kriege ich das jetzt hin. Warte mal, das ist bestimmt hier ein Dreier. Und dann brauchen wir hier ein Einser. Und dann haben wir hier... Ohje, ohje, ohje. Äh, Moment. Das könnte funktionieren so. Dann das. Ah, das sieht wieder schlecht aus, glaube ich. Äh, ja. Ne, warte doch. Das geht. Das geht, das geht, das geht. Alles gut. Yay. Haben wir geknackt. Nice. So, warte mal. Jetzt muss ich mal gucken. Hier haben wir Municiones. Municiones. Da könnte ich auch mal wieder welche kaufen, tatsächlich. Mach mal Municiones. Das ist meine, die ich brauche. Okay. Das ist hier. Was ist das hier für ein Computer? Aufzeichnung des Vorarbeiters. Wir sind immer noch dabei, uns von dem Einsturz zu erholen. Die tatsächliche Zahl der Opfer ist uns momentan nicht bekannt. Bisher wurden 13 Tote bestätigt. Ich werde mich der geologischen Leitung verständigen, die, wie wir nach diesem verbrauchenswerten Zwischenfall weitermachen sollen. Okay. Wir scheinen beim Bohren auf eine Art Nest gestoßen zu sein. Wir wissen nicht, zu welcher Spezies es gehört. Aber es scheint jetzt verlassen zu sein. Sobald wir wissen, was das Nest wirklich aufgegeben wurde, fahren wir mit den Bohrungen fort. So, so. Also die haben dieses Nest von diesen Viechern wahrscheinlich gefunden, die uns da die ganze Zeit angreifen. Das ist jetzt eben die Frage. Hat das jetzt was mit den Viechern zu tun? Oder mit der Pflanze, die er da auf seinem Schreibtisch hat? Aber auf jeden Fall irgendwas mit der Umwelt, definitiv. Es ist immer irgendwas mit der Umwelt in solchen. Wenn eine Firma Leute umbringt und irgendwas vertuscht. Es ist immer die Umwelt. Es geht immer nur um die Umwelt. Ständig geht es nur um die Umwelt. Warte mal, da müssen wir wieder zurück zum Raumschiff. Es gibt gar kein anderes Thema als das. So, runter, rein in die Mine. Und da sind wir in der Mine. Ich bin gespannt. Bestimmt gibt es hier wieder haufenweise Viechers. Kommen bestimmt wieder... Guck mal, hier haben sie Eier auch gesammelt von denen. Was ist das hier? Aluminium. Das nehme ich jetzt aber alles nicht mit, ne? Hier sind Dickiditrische. Die können wir aber mitnehmen. Wir haben ja gerade wieder welche gebraucht auch. So, das ist hier anscheinend das Büro. Aber es ist das Büro vom Erwin. Erwin, ja. Es ist Erwins Büro. Aktivierte Memos. Archivierte Memos. Heute habe ich wieder ein Leseproblem. Experimentergebnisse. Erwin, was ich zu sagen habe, wird denen nicht gefallen. Ah ja. Spitzenprädatoren. Erwin, ich habe deine Analyse mit dem Bericht über die Zentrale berücksichtigt. Danke für deine Hilfe bei der Sammlung und Analyse der Daten. Ich hoffe, dass das etwas bewirkt. Danet ist vergiftet. Dr. Hawksen, die Daten sind äußerst beunruhigend. Ist es möglich, dass die Chemikalien aus diesen Minen das Netzwerk der Mikrobenkolonie vergiften? Ist dies die Ursache für den umfassenden Zusammenbruch? Ah ja. Ich sage ja irgendwas mit Umwelt. Es lag an der Zerstörung der Bakterienkolonie. Nicht an Alphanoptim. Gehe zum Rathaus. Sag mal. Wir haben ja hier noch die Möglichkeit, jetzt das andere Büro noch zu untersuchen. Aber da muss ich erst mal gucken. Wie komme ich denn da hin? Das ist ja da hinten. Da müssen wir, glaube ich, hier nach unten, oder? Zeigt er mir denn da Pfeile an? Ne, zeigt er mir nicht an. Ah ja, wir müssen in die Mine rein. Wie ist das hier unten das Licht an? Hä? Ah, Jesus Christ. Geist. Wir haben das gesehen. Eins fehlt mir noch. Dann... Guck mal da hinten. Das ist das eine. Das mir noch fehlt. Das ist doch nice. Dann plündern wir das. Dann kann ich jetzt nämlich gleich den Zoologieskill gleich mal hochtreiben. Das war vor, dass sie die ganze Ausrüstung zurücklassen. Bäm. Bäm. Dann geschehen, Leute. Ja, nun trefft euch mal. Alter, wie schießt ihr denn, ey? Level 71. Bäm, 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 bäm. Und AsrakTV raided mit 32 Leuten. Willkommen, Dankeschön. Ich bedanke mich. Dankeschön. Grüße gehen raus. Danke sehr. AsrakTV. Vielen lieben Dank. Grüße, Grüße. Habt ihr auch gerade Starfields euch vorgenommen? Hier riecht es komisch. Nach Algen und Schwefel. So, so. Algen und Schwefel? Ja, tut mir leid. Ich habe heute asiatisch gegessen. Das konnte ich nicht verhindern. Was soll ich machen? Mir einen Korken hinten reinstopfen, Barrett? Jetzt sei mal hier nicht so. Warte, ich höre Dinge und ich sehe Sachen. Genau. Das war ein Baby. Guckt mal. Das kann ja gar nicht so viel haben. Ah, 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 ah. Das ist die Mama. Das ist die Mama. Das macht Spaß. Adultes Tier, ja. Na toll. Okay, wir müssen da hinten hin. Wir müssen noch tiefer rein, wie es aussieht, oder? Hier geht es ja offensichtlich noch viel weiter. Oh. Gleich mal umbringen, was auch immer es ist. Deine Träume werden wahr. Wieder wahr. Tö. So, so. Ihr haltet mal Wache, während ich hier an den Computer gehe. Helgis Computer. Studien. Ach du meine Güte. Okay. Oje, das ist ja so viel. Studie. Zusammenbruch des Ökosystems. Schlusswort. Biochemische Analysen der unterirdischen Bakterienkolonien zeigen fast vollständigen Zusammenbruch aufgrund der beim Abbauvorgang entströmenden Gase. Das Töten der Spitzenpredatoren vernichtet eine lokale Kolonie zwar temporär, sie kann sich jedoch wieder erholen. Die Chemikalien, die in den Minen freigesetzt wurden, sind allerdings zu 95% für den Kollaps des Ökosystems verantwortlich. Mein vollständiger Bericht inklusive Daten, Methodik und Analyse wird direkt an die Zentrale geschickt. Okay. Ich sag ja, Umweltskandal, ne? Studie. Fortpflanzung von Spitzenpredatoren. Die Spezies der Spitzenpredatoren ist eine wichtige Komponente des Ökosystems von Gagarin. Diese Spezies ist eusozial und besitzt ein strenges Kastensystem mit drohenden Verteidigern und einer furchtbaren Güne bzw. Königin. Ah, die werden wir auch noch sehen, ich sag's euch. Die Güne jeder Region pflanzt sich unregelmäßig fort und die Abfallprodukte des Nistvorgangs werden ausschließlich von den Mikroben im Boden verwendet, um riesige Kolonien unter der Oberfläche zu bilden. Noch mehr Studien hier. Mikrobenkolonien. Unter der Oberfläche von Gagarin existiert das gewaltigste Netzwerk einer Mikrobenkolonie, das sich über den Großteil des Planeten ziehen dürfte. Diese Kolonien enthalten zahlreiche Mikrobenspezies, die zusammenarbeiten, Staub und anorganisches Material in Erde verwandeln. Ohne diese Kolonien würde das ganze Ökosystem auf Gagarin zusammenbrechen. Vollständigen Bericht an Zentrale geschickt. Spitzenpredatorspezies. Wenn eine lokale Königin, Güne, im regionalen Stock von Spitzenpredatoren stirbt, wird eine der Drohnen zur Königin befördert. Sie verzehrt dabei die Überreste der alten Königin. Die Beförderung zieht sich über mehrere Monate. Okay. Gesendet. Meine Kündigung. Aufgrund zahlreicher Ethikverstöße bei Hephaestus reiche ich hiermit meine Kündigung ein. Dies ist mein 180. Bericht über das gravierende Ausmaß der Lage. Was Hephaestus in diesen Minen anstellt, wird auf kurze Sicht das Biom destabilisieren und auf lange Sicht unsere Umwelt dauerhaft zerstören. Ich kann es auf meine Studien verweisen, falls etwas unklar ist. Wenn das hier überhaupt jemand liest, was für eine Verschwendung. Es war mir so klar, dass das wieder ein Umweltthema ist. Natürlich was sonst. Niemand hätte das kommen sehen. Müssen wir hier runter? Ich würde gerne die Königin mal sehen, ehrlich gesagt. Hier, Juveniles Ungeziefer. Ich finde das aber auch geil, wie das Spiel selber die Viecher als Ungeziefer auch bezeichnet. Das bezeichnet die jetzt nicht irgendwie als nette Kreaturen, als nette Aliens. Wow, das war blutiger als gedacht. Tja, für die Viecher, ja. Ob man die Königin zu Gesicht bekommt, wenn man noch weiter reingeht? Hier haben wir sie ja alle schon umgebracht. Hey, ich warte auf euch. Was, wie, was, wer? Barrett, was erzählst du für Sachen? Noch irgendwas da? Oh, was ist das? Eine riesige Pusteblume. Okay, ich glaube, da hinten wird es dann so langsam interessant, oder? Hat jemand noch einen Barrett bestellt? Ich weiß nicht, wie tief man da noch reingehen kann. Das ist halt so das Ding. Anscheinend kann man ja da noch ziemlich tief reingehen. Wahrscheinlich werden wir diese Viecher auch nicht nur hier antreffen, sondern bestimmt auch noch woanders, könnte ich mir vorstellen. Aber laut Aufgabe müssen wir hier wieder raus jetzt. Ah, da ist er doch! 95! Sie weiß aber gerade nicht, was sie tun soll. Das ist ja fast schon tragisch. Und jetzt kommt eine Zugabe! Ja, dann mach mal. Ich muss mal wieder Muni kaufen, glaube ich. Sie weiß irgendwie nicht so richtig, was sie tun soll, die Königin. Das ist fast schon ein bisschen traurig. Dass sie nicht darauf vorbereitet ist, dass von oben jemand kommt und ihr den Garaus machen will. Ja, 151 XP schmeckt, kann man mal mitnehmen, würde ich sagen. Als habe ich quasi das Ökosystem beschädigt, oder was? Ich muss mir das machen. Aber er hat auch nur Nährstoffe, die Königin. Aber hier sind anscheinend diese Pflanzen, die da wachsen. Okay. Nicht schlecht. Ich wollte doch noch mehr. Was? Du wolltest noch mehr? Großer Gott. Reicht das nicht schon, was wir hier an Viehzeug haben? Du wolltest noch mehr? Rewild hat irgendwie einen an der Waffel, glaube ich. Der hat ein bisschen gelitten in letzter Zeit. Ist ja auch alles ziemlich anstrengend. Erst das mit dem Paralleluniversum. Dann sein zweites Ich, was er sich spawnen kann. Dann auch noch hier die ganze Sache mit den Viechern jetzt und seinem ehemaligen Lover. Alles nicht so einfach, ja. Ich verstehe das ja irgendwie. Nimm doch die Erze mit. Nee, das macht mich nur unnötig schwer. Außerdem, die meisten von diesen Erzen fördere ich eh schon. Ich könnte das ewig machen. Ich musste... Au, Klebstoff hat er gehabt. Das, sowas müssen wir mitnehmen. Sowas ist wichtig. Das ist richtig geil. Das brauchen wir. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Warte mal, ich muss schon hier lang, oder? Ja, okay, gut. Ich laufe richtig. Alles gut. Nee, die, die organischen Sachen müssen wir mitnehmen. Das ist ganz wichtig. Da kriege ich nämlich dann auch meinen Skill weiter nach oben. Jetzt sind sie, glaube ich, sauer, weil ich die Mama umgebracht habe. Ich glaube, sie sind da nicht so gut drauf zu sprechen jetzt. Ich glaube, hinter mir ist noch einer, oder? Ich höre irgendwie noch was. Ach, da, guck mal. Ich habe mir doch gleich gedacht, dass hier noch einer ist. Klebstoff ist irgendwie immer Mangelware. Das ist wirklich so. Und das geht, glaube ich, nur zu bekämpfen, indem man Tiere züchtet. Gezielt, die auch Klebstoff abwerfen. Und da gibt es durchaus Planeten, die wir auch schon identifiziert haben, tatsächlich. Ich bin doch noch nicht dazu gekommen, das zu machen. Ist auch so eine von den Sachen, die noch auf meiner Liste stehen. Tiere züchten, die Klebstoff produzieren. Ja, wir können ja trotzdem noch zum Rathaus gehen. Ich glaube, das ist nicht verkehrt, wenn wir das machen. So, dann wollen wir mal ins Rathaus gehen. Ich bin gespannt. Das Rathaus befindet sich da unten. Alles klar. Hier haben wir auch echt viel zu wenig gemacht bisher. In Gagarin Landing. Da waren wir bisher nur ein einziges Mal. So, Rathaus. Sieh dir Erwins Jagdlizenz an. Gucken wir uns mal die Jagdlizenz an. Rathaus. Das Rathaus von Gagarin ist derzeit aufgrund von Renovierungsarbeiten geschlossen. Anträge. Verfügbare zivile Anträge. A-Bau-Zulassung. Sie müssen vor Ablauf der Gültigkeit keinen neuen Antrag stellen. Bewerbungsstatus prüfen. Bewerbung-ID. Erwins ID eingeben. Jagdlizenz. Erwin Madani. Ortha. Sponsor, falls erforderlich. Wirksamkeit bewilligt. Okay. Also hier haben wir nochmal den Beweis, dass er auch tatsächlich für diese ... ... ... ... Hast du mal was zur frühen Geschichte der Raumfahrt gelesen? Hä? So politisch. Und so vertraut. Was? Okay, kein Plan, was er jetzt möchte. Ich weiß jetzt nicht. Frühe Raumfahrt. Meint er damit jetzt die Apollo-Mission? Ja, natürlich war das alles politisch. Lief, hast du Kaffee? Aber heutzutage ist es auch nicht minder politisch eigentlich. Kanzlei Youngton. Auch eine sehr langwierige Diskussion, die ich da jetzt führen könnte, die ich jetzt aber nicht führe. Hallo? Willkommen zurück. Da seid ihr ja wieder. Wie ist es in der Mine gelaufen? Top. Du wirst begeistert sein, Ellie. Ta. Du kannst es ja sagen, Barret, es ist dein Fall. Okay. Raus damit. Na los. Sagt schon. Wir haben Urbans Einsatzort gefunden und waren dort. Riesiger Kampf. Feuer. Explosionen. Piu. 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 Oh Mann. Oh Gott. Du hättest die Pflanzen dort sehen sollen. Sehr seltsam. Aber du hast dir die Dokumente durchgelesen, oder? Was hältst du davon? Euer Fund in der Miene war bemerkenswert. So schnell hat sie die Dokumente durchgesehen? Diese Dokumente zeigten, dass die beim Abbau freigesetzten Chemikalien die Umwelt kontaminierten, noch bevor man Irwin mit der Beseitigung der Prädatoren beauftragte. Und sie zeigen, dass Helgi Hephaestus darüber informierte, er aber wiederholt ignoriert wurde. Und das dürfte heißen, wir haben einen Fall, Freunde. Wir haben einen Fall. Ja, das wollte ich hören, Ellie. Nice. Ja, aber wir verlieren ihn vermutlich. Oh. Was wir jetzt nämlich brauchen, ist Helgi als unser Zeuge. Und das ist ein Problem. Paralleluniversum. Nicht ernsthaft, oder? Helgis Dokumente sind wertlos, wenn er sie nicht im Gerichtssaal dem Richter erklärt. Wohnt Helgi zufällig noch hier in der Gegend? Quasi, aber er ist unberechtbar. Ach so, der Helgi ist ja noch am Leben, okay. Die sind ja nicht beide tot, stimmt. So groß ist Gargari nicht, wir sehen uns um. Du könntest Dr. Keala fragen. Sie kümmert sich um die Leute, die durchs Raster fallen. Du müsstest sie nur überzeugen, dir zu sagen, wo er ist? Was schwer wird. Klingt, als würden wir bei der Klinikstation machen. Wir kommen wieder, wenn wir Helgi überzeugt haben. Hey, wenn er sich weigert, kann man ihn nicht zwingen. Ja, wir sollten nicht zu viel Druck ausüben auf ihn. Sonst widerlegt er seine eigenen Aussagen. Diese Sache erfordert Fingerspitzengefühl, aber wir können es schaffen. Vertragsbruch, sprich mit Dr. Keala über Helgi. Bringt der Anwältin die Beweise? Also, Moment. Bringt der Anwältin die Beweise? Haben wir doch schon. Wieso muss ich dir denn noch mehr Beweise bringen? Ah, wieder da. Und? Erwins Jagdlizenz. Wir haben es aus dem Rathaus. Also ist alles echt und offiziell. Aha. So etwas ist gut für das Narrativ unseres Falls. Aber wir brauchen mehr Beweise, um über Gericht gehen zu können. Wir sind dran, Ellie. Keine Sorge. Tja, das klingt doch gut. Wir haben weitere Beweise gefunden. Du wirst begeistert sein, Ellie. Äh, die Dokumente zeigen, dass sie Feisters verantwortlich war. Haben wir es nicht gerade gemacht? Ja. Oder zumindest aufs Gröbste fahrlässig. Euer Fund in der Miene war bemerkenswert. Diese Dokumente zeigten, dass die beim Abbau freigesetzten Chemikalien die Umwelt kontaminierten, noch bevor man Irwin mit der Beseitigung der Prädatoren beauftragte. Und sie zeigen, dass Helgi Hephaestus darüber informierte, er aber wiederholt ignoriert wurde. Und das dürfte heißen, wir haben einen Fall, Freunde. Ja, ja. Aber das hatten wir doch gerade schon. Hä? Moment, ich verstehe es gerade nicht. Ja. Ja, das haben wir schon geklärt. Ist okay, das wissen wir schon. Ja, ja, ja. Viel Glück. Das hat irgendwie nicht richtig gerallt, dass ich mit ihr schon gesprochen habe gerade. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil der eine Beweis noch in der Tasche war. Oh mein, oh mein, oh mein. Ja, wir müssen auch zu der Ärztin da oder den anderen Typen da noch aufspüren hier, die... Da habe ich gerade wieder vergessen. Auf jeden Fall müssen wir die andere Person noch aufspüren, die noch nicht klar ist, wo sie sich befindet. Und die muss als Zeuge auftreten. Die Kollegin von Irwin. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Aber sowas von... Fähnst du einen Dr. Helgi Haukson? Wir versuchen ihn zu finden, damit er uns hilft. Wer seid ihr eigentlich? Detektive. Selbsternannte, unabhängige, freiberufliche Detektive. Mit starker Betonung auf frei. Moment, was? Detektive? Sorry, aber ich weiß leider nicht, wovon ihr redet. Was mein verwirrter Freund hier zu sagen versucht ist, dass wir jemanden namens Helgi suchen. Tut mir leid, ich bin keine Fremdenführerin. Frag jemand anderen. Wir versuchen ihm zu helfen. Und Gagarin auch. Wir arbeiten mit Ellie Yankton an einem Rechtsfall. Es ist schon eine gute Sache. Ellie ist ein guter Mensch. Das spricht für euch. Aber ich bin an meinen Eid gebunden. Ach, komm. Okay, ich kann euch sagen, dass Helgi seit kurzem bei Clint arbeitet. Ein Stück weiter. Ich hab ihn neulich Kisten stapeln sehen, als ich was abgeholt habe. Ich muss jetzt zurück an die Arbeit. Also, wenn sonst nichts ist. Also auf zu Clint Eastwood. Weltraum. Ich habe mein Leben lang viel Zeit in Schwerelosigkeit verbracht. Ach, keine Ahnung. Ich muss jetzt weiter arbeiten, wenn es recht ist. Ich glaube, das war es schon tatsächlich. So, jetzt müssen wir zu Clint Eastwood. Sprich mit Clint über Helgi. Clint! Warst du letztendlich bei Clint? Ich bin Clint. Egal was du brauchst, ich habe es bestimmt irgendwo rumliegen. Außer Meck-Teile. Mit denen handle ich nicht mehr. Also frag gar nicht erst. Schön, dich kennenzulernen, Clint. Klingt gut. Lass mich sehen, was du anzubieten hast. Ich seh mich mal um, wenn es dir nichts ausmacht. Wenn du was brauchst, sperr einfach die Lausche auf, wo gerade was runterfällt. Da bin ich. Kennst du einen gewissen Helgi? Lustig. Genau das will ich auch wissen. Ha! Er hat hohe Schulden bei mir. Sehr gut. Überzeugen. Wir hätten ihn gern als Zeugen für eine Ermittlung. Mit solchen Sachen will ich nichts zu tun haben. Ja, warte mal ab. Diplomatie. Oh, manipulieren. Meine Bitte ist vollkommen angemessen. Bäm! Gar nicht so unvernünftig. Würde ich auch sagen. Äh, was haben wir denn noch? Du scheinst mich nicht zu verstehen. Ich brauche diese Info. Es gibt doch einen Grund für uns. Hier, machen wir mal das. Jawoll! Ganz diplomatisch überzeugt. Schon gut. Ich weiß nicht, wo er ist. Aber frag Lizzie oben in der Bar. Die kennt jeden. Also, auf zu Lizzie. Mein Gott, würdest du für Helgi als Leumund auftreten? Bin ich da wirklich der Richtige? Helgi und ich hatten öfter schon Probleme miteinander. Das ist bestimmt alles Schnee von gestern. Aber es war eine ganze Menge Schnee. Wir brauchen bloß einen Leumundszeugen für ihn. Und da du in der Stadt schon lange einen guten Ruf hast. Klar, ich mag Helgi. Aber muss euch vorwarnen. Denn ich werde nicht für ihn lügen. Wenn ich unter Eid aussage, sage ich nichts als die Wahrheit. Genau das sollst du tun. Genau. So ist es richtig. Und an dieser Stelle endet diese Folge. Starfield. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Bär-Nachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos. Nicht nur zu Starfield, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE-Spiele kaufen. Da wird es für euch nicht teurer. Aber ihr unterstützt mich damit, da mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das ist eine sehr coole Möglichkeit, meinen Kanal zu unterstützen. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und ciao, ciao.